Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir ja hier diese Szene hier aus dem Film nachgebaut, nämlich die Szene mit dem Tyrannosaurus Rex Gehege. Und ich bin sehr zufrieden damit und ich finde sie auch sehr, sehr cool. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass die Ziegen hier an diesen Futterspender nicht angebunden sind. Weil das Problem ist, dass der Tyrannosaurus Rex nicht wirklich einen Ansporn hat, hier vorne an den Zaun zu kommen. Weil ja die Ziegen, wenn die freigelassen werden, ich kann es euch einmal zeigen, da sofort einmal verteilen. Die rennen halt leider sofort weg und irgendwo in den Wald und dann frisst er die halt da und nicht hier am Zaun. Ist sehr, sehr schade. Also eigentlich müsste ich diesen Ziegenfutterspender, damit der T-Rex auch hier vorne hinkommt, austauschen gegen den anderen Futterspender. Also gegen den so normalen Fleischfutterspender, so einen. Oder halt noch zusätzlich einen hier hin machen. Ich weiß nicht, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das in Ordnung finden würdet, wenn ich hier noch einen Fleischfutterspender hin platzieren würde. Weil ja, dann hat wenigstens der Tyrannosaurus Rex den Anreiz, auch mal hier oben hinzukommen. Und dann ist die Chance auch höher, dass man ihn sieht, wenn man dann später hier mit der Tour langfährt. Weil so ist es halt ein bisschen langweilig, ne? So ist es zwar näher am Original, aber da die Ziege halt frei weglaufen kann, funktioniert das Ganze leider halt so nicht. Und ich habe ja den aktuellen Futterspender momentan hier vorne. Das heißt, ich meine, hier kann man ihn auch nochmal sehen, aber das ist dann halt nicht wie im Film, die Szene, ne? Weil hier fährt ja die Tour sozusagen auch nochmal lang. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das okay findet, wenn ich da noch einen, also diesen Futterspender da hinten hin verlegen würde. Weil den würde ich dann hier ganz entfernen, sodass er gezwungen ist, da oben hinzugehen. Und ja, was hatten wir noch? Genau, der Tyrannosaurus Rex hat einen wundervollen Namen von euch bekommen. Ihr habt richtig viele coole Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Und ich habe das Ganze ausgelost, damit es fair ist. Und wer der oder die glücklich ist, das zeige ich euch gleich, wenn er dann hier sich mal zeigt. Wo ist er denn jetzt? Rexie? Ja, das Gehege ist leider super, super waldig. Das muss ich auch noch überarbeiten, das Gehege. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich meine, im Film sieht man auch, man sieht das ja aus dieser Perspektive hier, dass es eigentlich alles pur aus Wald besteht. Aber das ist mir schon ein bisschen zu viel. Ich glaube, hier im unteren Bereich werde ich noch ein bisschen was entfernen. Aber jetzt zeige ich euch den Namen. Und der Name ist King Rexie. Ein wundervoller Name, wie ich finde. Sehr, sehr passend. Aber da waren allgemein richtig viele coole Namen. Und ja, herzlichen Glückwunsch an diejenige, die hier den Namen geschrieben hat. Ich weiß, es war eine Sie, aber ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber trotzdem, vielen Dank für deinen Namensvorschlag. Der Rexie soll mal hier in Ruhe fressen. Ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich hier jetzt noch so ein bisschen weiterarbeiten werde. Und genau das habe ich auch getan. Ich habe zum Beispiel hier vorne noch ein bisschen weitergearbeitet. Hier so ein bisschen Wald gemacht. Hier die Felsen noch mal ein bisschen angepasst. Hier habe ich noch mal einen Weg gebaut nach hier unten. Das ist leider sehr, sehr steil geworden. Geht aber klar. Also kann man auf jeden Fall langfahren. Und ja, hier habe ich noch nicht weitergebaut. Hier ist aber auch noch mal so ein schönes Schild. Da steht jetzt hier, das kann man kaum erkennen, glaube ich, ne? Hier Visitor Center und, ja, jetzt könnt ihr es sehen. Visitor Center. Zweimal mit dem Pfeil in die richtige Richtung. Dann habe ich hier die Klippen noch mal so ein bisschen überarbeitet. So ein bisschen grüner gemacht. Und hier noch mal so ein bisschen bewaldet. Hier oben, das ganze Stück war ja auch alles noch leer. Das habe ich auch alles bewaldet. Hier noch mal so einen kleinen, ja, Tümpel kann man fast sagen. Oder zählt das schon als See? Ne, ich würde nicht sagen, ne? Ist ziemlich klein. Ja, auf jeden Fall so ein kleines Gewässer hingemacht. Ein paar Bäume noch. Hier habe ich auch gleich noch was vor mit euch. Das will ich aber mit euch gemeinsam machen. Dann habe ich... Was war das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist nämlich auch so ein kleines Easter Egg. Leute, schaut mal. Drei Terranodons. PTs, da sind sie. Schön am rumfliegen hier, durch meinen Park. Ich weiß gar nicht, die sind super selten. Also ich glaube, die kommen richtig irgendwie nur alle halbe Stunde oder so. Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Und jetzt habe ich sie direkt erwischt. Sehr cool. Na, dann fliegt mal weiter. Ist mir gerade so im Augenwinkel aufgefallen. Das ist ja auf jeden Fall eine coole Idee. Äh, genau. Ich habe hier diesen Tunnel auch noch weitergebaut, wie ihr seht. Diesen Tunnelersatz, sage ich mal. Ist ja kein richtiger Tunnel. Ist halt mit diesen Mauern hier. Aber ich habe auch versucht, das Ganze so gut wie es geht, von oben mit einem Blätterdach zu bedecken. Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, mit diesen großen Bäumen. Ging leider nicht ganz perfekt, aber ich habe das schon relativ gut hingekriegt, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Wir können ja einmal da durchfahren und uns das Ganze anschauen, wie es aussieht. So. Dann düsen wir mal durch. Boah. So ein bisschen Blätterdach ist da schon, ne? Fühlt sich nicht wie ein Tunnel richtig an, aber ja, doch so ein bisschen Tunnel-Feeling kommt schon rüber, finde ich. Ich bin zufrieden damit. Also ich glaube, viel besser hätten wir es nicht hinbekommen können. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden damit. Hier habe ich gerade noch mal eine Kante gesehen. Die mache ich mal eben weg. Und, äh, ja, ich habe mir was Cooles überlegt. Was ich auch mir so ein bisschen überlegt habe anhand eurer Kommentare. An dieser Stelle hier. Und genau das werden wir jetzt mal eben, äh, ja, um, versuchen umzusetzen. Nämlich haben einige noch geschrieben, dass ich zwischen diesen beiden Gehegen ja noch ein weiteres Gehege bauen könnte. Für einen Pflanzenfresser oder so. Ähm, das habe ich auch erst so überlegt. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Aber dann habe ich mich doch für was anderes entschieden, was in meinen Augen noch ein bisschen mehr Sinn macht. Was ich ein bisschen cooler finde. Wir werden hier auf jeden Fall Dinosaurier hinmachen. Und zwar werden wir Dinosaurier dahin machen. Welche laut dieser Karte frei im Jurassic Park sich bewegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr die noch im Kopf habt. Ich kann euch die ja gleich auch noch mal zeigen, wenn wir im Photoshop sind. Äh, da steht nämlich drauf, dass der Comsognathus. Kann ich euch auch mal eben zeigen. Den kennt ihr ja alle. Dieser ganz kleine. Hier, dieser, ja. Der Comsognathus soll sich wohl frei im Jurassic Park bewegt haben. Das heißt, der war nicht eingezäunt oder so. Und deswegen finde ich, könnten wir hier eine ganz gute Ecke für den Compi hinmachen. Wo er dann hier vielleicht noch einen Futterspender kriegt. Hier kann er was trinken. Und wir werden die dann einfach hier hin platzieren. Und die können sich dann, wie sie wollen, frei hier bewegen. Aber ich hoffe, die bleiben dann hier in diesem Bereich. Was eigentlich sehr wahrscheinlich ist. Weil hier haben sie trinken. Hier haben sie fressen. Deswegen, warum sollten sie sich wegbewegen, ne? Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool, glaube ich. Aber ich möchte jetzt erstmal die Stelle auch so ein bisschen spannender gestalten. Und schöner und abwechslungsreicher. Deswegen verbinde ich hier mal ganz kurz das Stück. Damit ich die Strecke dort bearbeiten kann. Weil es haben auch einige geschrieben, dass ich ja mal ab und an... Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ja, das ist ganz gut. Dass ich ja mal ab und an auch mit der asphaltierten Strecke arbeiten kann. Und das werde ich, glaube ich, an dieser Stelle mal tun. Ich glaube, ich werde nämlich hier so ein Stück dann asphaltieren. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt gerade seht ihr es leider noch nicht. Finde ich auch ein bisschen doof, dass das immer blau angezeigt wird. Dann sieht man gar nicht, was man gerade baut. Aber gut. Auch halb so wild. So, jetzt seht ihr es nämlich. Jetzt haben wir hier nämlich so ein kleines Stück asphaltiert. Finde ich gar nicht schlecht. Das ist dann halt so das Stück hier beim See. Das werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen ausschmücken. Und ein bisschen gestalten. Dass es ein bisschen interessanter aussieht. Damit die Fahrt später nicht ganz so langweilig wirkt. Am besten nehmen wir da einen kleinen Zaun. Ich glaube, ich werde hier auf die linke Seite so einen Zaun nämlich machen. Ich glaube, wir nehmen diesen Zaun hier. Das, was ich jetzt baue, ist natürlich auch alles freischnauze. Das ist jetzt nichts, was man im Film sieht oder so. Zu der nächsten Filmszene kommen wir gleich, nachdem wir das hier fertig haben. Dann kommt nämlich diese tolle Szene, die ihr alle kennt mit dem Triceratops, der erkrankt ist. Und ja, werde ich euch gleich aber noch mal zeigen, falls ihr euch gerade nicht erinnern könnt. Ich habe wieder tolle Screenshots schon vorbereitet. Und habe mir die Szene natürlich auch gerade noch mal angeschaut, damit wir sie gleich auch möglichst gut nachbauen können. Ich liebe ja den Jurassic Park 1 Film. Das ist mein absoluter Favorite von den Jurassic Park und World Filmen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es immer der Jurassic Park 1 Film. Auch wenn es der älteste ist. Den finde ich wirklich mit Abstand am besten. Ich mache mir mal kurz hier einen Einrastpunkt. Und dann gucken wir mal, dass wir es hier... Ah, so geht auch. Hätte ich gar nicht machen müssen. Wie sieht das so komisch hier aus, oder? So, ich habe es dann auch mal hinbekommen, so wie ich zufrieden bin. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht, deswegen habe ich es rausgeschnitten. Und ja, hier haben wir dann noch mal so eine kleine Stelle, wo man langfährt mit so einem Zaun zur Linken. Und dann kommt man hier vorne, ja, sozusagen in diesen Tunnel. Ich weiß gar nicht, soll ich den Tunnel asphaltieren? Ich glaube, das macht auch voll Sinn, ne? Können wir hier Asphalt unter machen? Ich glaube, das wäre auch ziemlich cool. Könnten wir mal eben ausprobieren, wie das Ganze aussehen würde dann. Weil der Tunnel an sich ist ja auch asphaltiert von innen. Zumindest in den meisten, ja, anderen Filminterpretationen, wie zum Beispiel... Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Was, kriege ich das nicht entfernt, oder was? Die Strecke. Oh, nee, ey. Kann jetzt ja hier problematisch werden mit den ganzen Bäumen und so. Ich kriege halt die Strecke gar nicht anvisiert. Wartet mal eben... Eigentlich eine Idee, wir machen das mal eben anders. Genau, wenn wir das so machen, dann klappt das nämlich. So, wir schauen jetzt mal, wie das Ganze asphaltiert aussieht. Ansonsten mache ich das Ganze gleich rückgängig. Ich habe nämlich vorher gespeichert. Keine Sorge. Wenn ich sowas ausprobiere... Das ist immer... Boah, das muss man jetzt erstmal hinkriegen. Oh mein Gott. Kann man die Strecke auch irgendwie ersetzen, die man schon gebaut hat? So, ich habe es hinbekommen. Wir fahren das Stück jetzt nochmal ab und gucken uns mal den Tunnel jetzt an, wie er aussieht. Ich hoffe, die Mühe war es wert, weil das war wirklich sehr aufwendig. Ich musste teilweise Bäume entfernen, teilweise Zäune entfernen und dann die Strecke austauschen. Sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier auch Fels als Untergrund links und rechts gemacht. Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand gelohnt hat, wenn ich ehrlich bin. Ob ich das besser finde. Aber ich glaube, dadurch kommt ein bisschen mehr dieses Tunnel-Feeling rüber, ne? Ist halt schade, dass ich rechts und links nicht komplett asphaltieren kann. Dann wird es cooler aussehen. Hier vorne habe ich es natürlich dann so gelassen, weil im Film sieht man halt, dass die nicht an einer asphaltierten Stelle rauskommen. Aber ich glaube, im Tunnel asphaltiert zu machen, ist gar nicht so verkehrt, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Mit dem Asphalt hier im Tunnel oder ohne Asphalt im Tunnel. Und wir bauen jetzt erstmal weiter. Zunut muss ich es halt wieder anders rückgängig machen. Oder anders umbauen wieder. So. Ich glaube, ich werde das komplett hier verbinden. Habe ich mir so gedacht. Dass das da vorne übergeht. Also hier haben wir dann schon mal so einen kleinen Zaun. Der geht dann bis zum Tunnel vorne. Mache ich das mit Verbindung oder lasse ich da ein Stück frei? Ich kann doch ein Stück freilassen. Das ist eigentlich in Ordnung. Und hier rechts sollen dann die, ähm... Nicht Rodons, wer heißen sie denn jetzt? Kompis nachher was snacken. Aber ich glaube, ich mache auch hier mal... Gibt es hier ein Kompi-Schild oder ein kleiner Fleischfresser-Schild? Ich meine, Kompis gab es doch auch im Jurassic Park-Teil, ne? Oder im ersten Teil. Vielleicht ist hier ja sogar ein Schild. Adro, Iguanodon, Sauro. Großer Fleisch. Ne, wenn dann müsste ich dieser kleiner Fleischfresser-Gehege-Schild. Boah, das ist ja ein riesiges Schild. Okay. Vielleicht kann ich das irgendwo hier vorne oder so hin machen. Aber das ist gar nicht so verkehrt, dass man das hier einmal vorher sieht, dass hier Kompis rumlaufen können. So, dann kommt man hier lang, hat man dadurch schon das Schild. Was ich auch gesehen habe bei dem Jurassic Park, den jemand anderes nachgebaut hatte. Der hatte diese coole Lampe da vorgestellt. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Weil dann ist das Schild sozusagen ein bisschen beleuchtet. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen. So, wir müssen halt aufpassen. Diese Lampen und so, die machen teilweise hier ein bisschen den Boden kaputt. Da müssen wir mal nochmal etwas nachglätten, damit das Ganze später besser aussieht. Ja, so ist das schon mal ganz in Ordnung. Aber ich glaube, ich überlege auch noch hier Beleuchtung hinzumachen, auf diese Seite. Also diese Seite werde ich keinen Zaun hin machen, weil hier sollen ja dann die Dinos zu sehen sein später. Aber ich glaube, ich mache wirklich hier noch so ein paar Lampen an der Strecke entlang hin. Statt dem Zaun sozusagen, auf dieser Seite. So, ihr seht schon, ne? Also die Lampen, die verändern halt wirklich den Untergrund. Ich hoffe, das macht mir jetzt hier nicht zu viel kaputt. Und der Letzte kommt hier wieder abschließend beim Zaun hin. Kommt ungefähr auf jetzt hier. Der Letzte ist vom Abstand mal ein bisschen weiter, aber das macht rein gar nichts. Da sehen wir jetzt hier so ein paar Lampen. Die muss ich jetzt gleich auch nochmal ordentlich überglätten. Das geht gar nicht anders. Weil die Lampen halt hier nochmal ordentlich alles kaputt gemacht haben. Oha, kriege ich das überhaupt hin? Ich glaube, das liegt gerade daran, dass hier die blöde Jurassic-Tour langfährt, oder? Dass ich hier nicht bei kann. Ich glaube schon. Dann müssen wir mal kurz warten, bis sie hier vorbeigedüst ist. Ich will halt hier so gut wie möglich diese Kugel vermeiden eigentlich. Ihr seht ja hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist es so ein bisschen hügelig. Möchte ich eigentlich so gut wie es geht wegkriegen. Ich glaube, ich hätte das vorher überglätten müssen und die Lampen alle auf einer Höhe machen müssen, oder? Damit das gut ist. Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss nochmal alle Lampen entfernen, das Ganze glätten und dann die Lampen platzieren. So, ich habe das jetzt nochmal schön sauber hier überarbeitet. Ist jetzt alles glatt hier und ganz gut platziert von den Lampen. Wenn ihr mal sowas macht, dann macht auf jeden Fall vorher einen Speicherstand. Weil es kann gut sein, dass ihr Lampen hier nicht anvisiert kriegt mit dem Entferntool und die dann nicht wieder entfernen könnt. Ihr könnt natürlich auch mal die Kamera drehen und dann, ja, mit etwas Glück bekommt man die dann, die Lampen. Hier klappt es jetzt zum Glück überall. Aber es kann wirklich mal sein, dass ihr die Lampen dann nicht löschen könnt. Und da es keine rückgängige Funktion bei Jurassic World Evolution gibt, kann ich euch nur empfehlen, immer zu speichern ab und zu. Und, ja, jetzt kommt schon wieder das nächste Problem, was wir haben werden. Ich möchte nämlich eigentlich hier an dieser Stelle minimal angehoben den Futterspender platzieren. Ja, ich will den anheben, weil die Kompis, drehen den ungefähr so, Kompis sind ja sehr klein und ich habe die Hoffnung, wenn wir das ein bisschen höher machen, dass man die besser beobachten kann. Das hat jetzt ja schon mal ganz gut geklappt. Ich würde aber gerne die Kanten hier noch ein bisschen anheben mit. Ich habe jetzt schon wieder die Befürchtung, dass ich mir gleich das Wasser dahinter kaputt mache oder das hier, was ich mir vorhin schon gebaut hatte, weil einfach die Tools so groß sind. Ich meine, guckt euch das mal an, diesen Kreis hier, der ist gefühlt, wie viele Futterspender würden hier reinpassen. Guckt euch das einfach an. Also, mit solchen Tools kann man einfach nicht arbeiten, wenn die wenigstens nur so groß wären. Das würde ja noch gehen, aber gerade diese erhöhen Tools sind einfach riesig und dadurch macht man sich immer so viel kaputt. Ich werde jetzt hier hinten auch wieder mehr Wasser kaputt machen und so, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. So, jetzt haben wir es aber einigermaßen geregelt. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel rumspielen, weil hier fängt das auch schon wieder an, kaputt zu werden, das Land. Oh mein Gott. Ne, ich krieche wieder nur Hügel rein. Das ist so ätzend. Also wirklich, ich weiß nicht, ich spiele hier auch Jurassic World Evolution. Stört euch das nicht auch so? Also, ich finde das super grausam, wenn man hier mit Höhenunterschieden arbeiten will, was ja immer super schön aussieht, dass das immer so ein Akt ist. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich hebe jetzt hier nochmal an. Das ist halt wirklich frustrierend. Man muss halt immer Sachen teilweise drei, vier Mal machen, die man schon gemacht hat, weil einfach die Tools wirklich schlecht sind. Sie sind einfach schlecht. Sie sind einfach riesig und ungenau. Und, ah, ja, ich will jetzt ja auch nicht so viel meckern. Ich mag das Spiel ja sehr gerne, aber das sind einfach so Sachen. Da frage ich mich, warum sind die noch nicht geändert worden? Wie sieht es mir so hügelig hier aus? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das bilde ich mir gerade ein. Ah, das ist halt wirklich eine doofe, doofe Geschichte. Vor allem teilweise wurden die ja schon kleiner gemacht. Zum Beispiel hier, wir sind sie kleiner. Ich verstehe halt nicht, warum die dann nicht auch, gerade da, wo es am wichtigsten ist, das, was dir immer alles kaputt macht, nämlich das Erhöhen, warum die da nicht verkleinert wurden, die Tools, damit man genauer arbeiten kann. Verstehe ich leider nicht. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal nochmal ein Patch, wo die nochmal ein paar sinnvolle Sachen, die grundlegend sind, meiner Meinung nach, ja, ändern. Ich habe jetzt hier halt schon wieder diese Kanten drin, die mich echt ein bisschen stören, muss ich sagen. Seht ihr das hier? Das sieht so kantig und eckig aus. Aber ich lasse es jetzt einfach so, weil ich Angst habe, mir hier alles kaputt zu machen. Deswegen, ja, ich lasse es jetzt einfach so. Das Spiel möchte nicht, dass ich das tue, ohne dass ich mich aufrege. Heute ist, glaube ich, so eine Folge, da will mich das Spiel auch tierisch ärgern. Auch hier mit der Sache, die war so kompliziert, vor allem so unnötig kompliziert. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber da das Spiel macht da halt eine ganz, ganz schlimme Sache draus, dass man wirklich viel Arbeit hat und das nervt dann halt. Das Spiel macht es einem halt unnötig schwer. Ich glaube, ich mache hier einfach mal so zwei Felsen hinter. Den platze ich nochmal ein bisschen um, glaube ich. Und dann mache ich mal so hin. Das ist ganz schön. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen Sobearbeitung. Dass wir diesen Rand mal ein bisschen unterschiedlich haben. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal ein bisschen mit Sand arbeiten. So. Okay, das sieht doch schon ganz cool aus. Ich frage mich ja, wie es ist, wenn wir jetzt hier unter Sand machen. Dass das nicht so krass aussieht. Nö, das geht eigentlich. Ich mache das aber noch so ein bisschen mit Erde gemischt, glaube ich, den Sand. Damit das nicht ganz so hell aussieht. Aber so ein paar helle Stellen da drin, finde ich gar nicht verkehrt. Gehen wir hier nochmal Gras wieder hin. Dü, dü. Ah, diesen Soundtrack finde ich toll. Und das Geile ist ja, ich habe schon so viele Spielstunden bei diesem Spiel. Und ich kann ihn immer noch mir gut anhören. Ich finde ihn immer noch nicht ätzend. Ich hoffe, ihr auch nicht. Also ich finde ihn immer noch schön, den Soundtrack. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also man kann auf jeden Fall die Kompis, denke ich mal, später gut beobachten von hier. Müssen wir natürlich noch ein paar Büsche machen. Aber auch nicht zu viele, weil die Kompis sind halt so groß wie das Gras. Und deswegen möchte ich eigentlich so wenig gestrippt wie möglich machen. An dieser Stelle. So ein bisschen im Wasser vielleicht. Hier hinten ein bisschen. So, das sieht ja auch ganz gut aus. Hier vielleicht noch. Ein Baum ist auch immer gut. So, ich glaube, so lasse ich das. Damit wir hier ja nicht zu sehr alles mit Büschen zukleistern. Damit man die Kompis halt noch ein bisschen sieht. Das hier ist mir, glaube ich, auch schon zu viel. Guck mal, hier ist auch schon wieder das Tool. Beim Entfernen-Tool ist auch schon wieder riesig. Und beim Hinzufügen nicht. Macht halt in meinen Augen auch keinen Sinn. Sehr gut. Okay, die Blumen sind ganz schön. Die bleiben da. Und dann würde ich fast sagen, können wir die Kompis ausbrüten, ne? Ist doch noch eine schöne Ecke hier geworden. Gefällt mir. So, ich habe gerade schon einen freigelassen. Ich habe die alle im Standard-Skin, weil in Jurassic Park 1 sind sie auch alle in diesem grünen Design. Und insgesamt werde ich zehn Stück an diese Stelle bringen. Ich werde aber noch mehr Kompis ein bisschen verteilen im Park. Weil laut dieser Karte halt liefen die frei rum. Deswegen könnt ihr hier auch ruhig frei rumlaufen. Aber ich werde dann immer halt so ein paar kleine Hotspots machen. Was dann für die interessant ist. Man sieht die halt kaum, ne? Das ist echt schade. Ich mache mal ganz kurz hier durch Sand hier hin. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Könnt ihr ihn vielleicht ein bisschen besser erkennen. Er ist einfach viel zu winzig, der Kompi. Das ist aber der perfekte Dinosaurier für die Stelle, glaube ich. Ich glaube, damit haben wir ja schon alles richtig gemacht. Ich würde sagen, ich lasse jetzt nochmal eben hier die anderen alle frei. Und bringe die darüber. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Ich habe jetzt gerade mal so eine Jurassic... Oder wie ihr guckt. So eine Jurassic Tour mir... Oder mich da reingesetzt. Und die kommt gerade sogar genau an der Stelle an, die wir gerade gebaut haben. Die Kompis werden gerade sogar geliefert. Also hier sieht man, das Schild ist ein bisschen groß, ne? Für so kleine Kompis. Aber es gibt ja leider kein anderes. Sieht das Ganze aus. Gefällt mir ganz gut. Mit dem Zaun links. Rechts diese Lampen. Und da kann man dann... Kamera wechseln. Hier auf den... Puderspender gucken. Finde ich cool. Rotomachen geht auch. Da sieht man sie sogar. Ah! Ich will das Fahrzeug wechseln. So, nach hinten. Jetzt sind wir leider gerade vorbei. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Schade, dass man nicht stehen bleiben kann mit den Touren. Aber das sieht schon schön aus, ne? Die sind halt so winzig, die Kleinen. Man sieht die halt wirklich fast gar nicht. Achso, ihr dürft übrigens auch gerne wieder Namensvorschläge für die Kompis reinschreiben. Dann könnt ihr euch verewigen. Da ist die Chance jetzt ja auch ein bisschen höher als beim T-Rex, weil wir einfach mehrere davon haben. So schnell. Würde ich die gerne mal ein bisschen angucken. Kann man sich immer so schlecht angucken, weil die so winzig sind. Die wurden ja schon hochskaliert. Das ist halt das Krasse, ne? Jetzt könnt ihr mal sehen ein bisschen. Da. Davon haben wir jetzt zehn Stück in unserem Park. Und die suchen noch ganz tolle Namen. Also schreibt sie gerne rein. Ich hoffe wirklich, man kann die da mal so ein bisschen zu Gesicht hier bekommen. Aber ihr seht jetzt schon, das macht schon Sinn, dass ich das hier so ein bisschen erhöht gemacht habe. Dass jetzt diese Huggel drin sind, das ist halt noch ein bisschen suboptimal. Aber ich weiß nicht, wie man die anders sonst beobachten soll, weil die sind halt so winzig. Können sie wahrscheinlich auf YouTube fast gar nicht erkennen so. Nur vielleicht so ein bisschen die Umrisse hier. Das ist schon sehr, sehr lustig. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir mal in Photoshop und planen mal so ein bisschen die nächste Szene aus dem Film. Und da sind wir auch schon. Nach der Tyrannosaurus Rex Szene kommen wir nämlich endlich zu meinem Lieblingsdinosaurier. Und ihr seht schon im Hintergrund, also die sind jetzt gerade vom Tyrannosaurus Rex gehe weggefahren. Dann sieht man ein bisschen, wie die sich im Auto unterhalten und kommen dann an diese Stelle. Alan Grant erblickt hier etwas, das sieht man ganz klar. Im Hintergrund sieht man auch, dass hier keine anderen Gehege und sowas sind. Das finde ich auch immer eine sehr wichtige Information. Dann weiß man nämlich, dass man auf die andere Seite von dieser Szene auf jeden Fall nichts bauen darf. Ja, das erblickt er, genau. So ist das nämlich. Also er guckt hier raus und erblickt dann dieses Bild. Dort sieht er hier ein Jeep. Und viel mehr sieht man noch gar nicht, nur Landschaft. Aber das ist auch sehr interessant für uns. Weil so müssen wir ungefähr auch die Landschaft dann bauen von dieser Szene. Solche Zäune können wir leider nicht bauen. Da müssen wir dann, ja, wahrscheinlich einfach irgendwie so einen ganz kleinen, normalen Zaun nehmen. Oder das komplett weglassen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Weil das ist halt wirklich eigentlich nur so, wie so fast wie so ein Gartenzaun, ne? Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir da mal ingame gucken. Genau, die beiden, die sind da so ein bisschen am rumflirten. Die kriegen gar nichts mit. Und auch ein sehr schöner Screenshot hier mit der Zunge draußen. Sehr schön. Und dann steigt Alan Grant aus. Und wer folgt ihm natürlich? Ellie Settler. Die kannst du natürlich auch nicht lassen. Und hier sieht man nochmal ganz gut, wie die gerade stehen. Also die stehen einfach auf so einer Strecke mit diesem braunen Untergrund, den wir ja sowieso schon viel benutzen. Und links und rechts ganz viel Gestrüpp eigentlich nur. Also ich glaube, einen Zaun sollten wir eher nicht setzen. Hier sieht man das ganz gut, dass da echt nur ganz viel Gestrüpp ist. So, dann laufen sie hier so ein kleines Stückchen ganz leicht bergab. Sieht jetzt hier steiler aus, als es im Endeffekt ist. Das werdet ihr gleich sehen. Also hier sieht es ja relativ steil aus, ne? Wenn man hier so runter guckt. Aber jetzt, wenn ihr jetzt guckt, das war gar nicht so steil. Also hier sieht man das ganz gut. Hier sind die Jeeps. Und hier ist dieser dicke Baum, wo die vorbeigelaufen sind. Und so steil ist diese Senkung nicht. Also es geht ein bisschen bergab, aber nicht ganz so steil, wie es hier aussieht. Na, mal schon ein Stückchen laufen die. Und dann kommen sie hier zu meinem Lieblingsdinosaurier. Nämlich dem Triceratops. Oh, das ist eine ganz tolle Szene aus dem Film. Die liebe ich. Der liegt da halt, ist erkrankt. Und die beiden wollen sich halt so ein bisschen darum kümmern und den mal anfassen, den ersten Dinosaurier. Oh, ist das ein schönes Bild. Das ist richtig schön. Hier habe ich nochmal so ein paar Screenshots gemacht. Achtet immer so ein bisschen im Hintergrund auf die Landschaft. Dafür habe ich das gemacht. Wobei, ja, die werden wir wahrscheinlich eh nicht so nachbauen können. Ist eh alles so grün. Und dieses hohe Gras haben wir leider im Spiel nicht. Und Stroh können wir auch leider nicht bauen. Sehr, sehr schade. So, da sehen wir hier nochmal das kranke Tier. Da legt er sich nochmal auf die Lunge. Da habe ich auch nochmal ein Screenshot gemacht, weil wir hier nochmal ein Gewässer im Hintergrund sehen. Das fand ich auch sehr interessant. Hier sehen wir dann nochmal Ian Malkin kommen. Der läuft hier nochmal lang. Da hinten stehen die Jeeps übrigens. Also, ja, dahinter ist auch so ein Berg. Aber gerade hat man im Hintergrund gar keinen Berg gesehen. Hm. Das macht schon wieder gar nicht so viel Sinn, ne? Also, wenn ihr mal hier guckt, hier ist im Hintergrund ganz klar ein Berg zu sehen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückspringen. Sorry, das ist jetzt ein bisschen viel hier. Warte, damit ihr das mal eben seht. Zu der Szene, genau. Hier sieht man, dass da kein Berg im Hintergrund ist. Zumindest nicht so dicht dran. Hm. Sehr verwunderlich. Ist das etwa wieder ein Filmfehler? Also, da, der ist halt ein bisschen weiter weg, so der Berg. Hier sieht das so aus, als wenn der direkt hinter den Jeeps ist. Ah, ist auch egal. Ist für uns jetzt nicht so interessant. So, hier haben wir dann nochmal den riesigen Kothaufen, den ich auch von der Menge her sehr unrealistisch finde. Wenn ihr mal jetzt den Größenvergleich macht. Guckt mal den Kothaufen an von dem Triceratops. Der ist größer als Ian Melkin. Wenn wir jetzt nochmal zu einer Szene springen. Hier. Da seht ihr der Triceratops. Der Kothaufen ist auf jeden Fall so groß wie der Triceratops. Achtet mal auf hier. Ian Melkin und dann hier im Hintergrund ist ja auch ein ausgewachsener Mann, wo der Kopf leider abgeschnitten ist. Ich glaube, wenn der sich auf alle Viere stellt, ist er vielleicht ein kleines Stück höher als ein ausgewachsener Mensch. Und der Kothaufen ist halt auch ein kleines Stück höher. Ich glaube kaum, dass ein Triceratops solche Kothaufen machen kann. War schon sehr übertrieben. Hier sehen wir nochmal so ein paar Stellen mit der Landschaft. Hier auch nochmal die Landschaft. Und hier nochmal die Landschaft. Und dann kommt schon der Anruf von wegen einem Unwetter. Bla, bla, bla. Und dann fahren sie wieder das gleiche Stück zurück, was wir ja schon nachgebaut hatten, also zum T-Rex-Gehege. Und dann passiert das ganze Geschehen da halt. Das kennt ihr ja sicherlich. Ellie Settler bleibt dann hier. Und ja, ich gehe davon aus, dass die sich jetzt in dem Triceratops-Gehege befinden, wo halt dieser erkrankte Triceratops liegt. Und die sind wahrscheinlich dann durch eine Schleuse gefahren. Und die werden wir auch versuchen, so nachzubauen. Und ja, viel Information haben wir nicht, aber so ein paar Anhaltspunkte haben wir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ingame und fangen jetzt mit dem Triceratops-Gehege an. Und da sind wir auch schon wieder in Jurassic World Evolution. Und ihr habt ja gerade so ein bisschen die Planung für die nächste Szene gesehen, die wir nachbauen müssen. Das heißt, wir müssen das Triceratops-Gehege als nächstes bauen. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier die Turbo arbeiten wieder. Und hier vorne das Ganze abreißen. So, dass wir sozusagen hier vorne weiterbauen können. Das ist ja sozusagen die Strecke, an der wir uns weiter orientieren. Es hat sogar jemand in die Kommentare geschrieben, dass hier die Strecke gar nicht weiter weg geht. Dass es nur von der Kameraperspektive so aussieht. Hm. Kann natürlich sein, ne? Finde ich mir auch nicht sicher. Ich finde es auch nicht so schön, dass die hier weiter abgeht. Aber laut den Screenshots kam es halt für mich so rüber. Ihr könnt es ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob die Strecke hier wirklich weiter abgehen soll oder ob sie gleichmäßig an dem Zaun entlanglaufen soll. Und dann werde ich das dementsprechend nachbauen. Ich würde es auch schöner finden, wenn sie näher dran entlangläuft. Aber laut den Screenshots war es halt eher so, wie ich es jetzt hier habe. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Ihr könnt es dann ja reinschreiben und dann werde ich das Ganze dementsprechend dann umgestalten. Das T-Rex-Gehege werde ich auch noch ein bisschen umgestalten. Das habe ich ja vorhin schon gesagt am Anfang. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Grundplanung von dem nächsten Gehege. Und bevor wir das machen, müssen wir erstmal festlegen, festlegen, wo wir das bauen. Wir haben ja noch eine Menge Platz hier. Aus dem Platz scheitert es wirklich nicht. Aber das wird auch, glaube ich, ein relativ großes Gehege werden, was auch relativ offen ist. Das ist halt... Ich weiß gar nicht. Sind da nur Triceratopse drin? Uh, gute Frage. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Könnt mir auch vorstellen, dass die mit anderen Herbivores gemischt wurden oder so. Und dann könnten wir schon mal den Grundriss für das Schleusentor in das Gehege setzen. Allerdings glaube ich, dass die wirklich auf so einer kleinen Erhöhung so fahren. Habe ich zumindest das Gefühl, dass sie sich wirklich... Die wirklich gerne so klein wie möglich machen. Sie auf so einer kleinen Erhöhung langfahren durch das Gehege. Ich mache jetzt erstmal einen groben Grundriss hier. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten langfahren später mit der Tour. Hier auf der linken Seite muss ja der erkrankte Triceratop sein. Und ich würde fast sagen, dass wir das Gehege einfach in beide Richtungen so ein bisschen machen. Hier können wir dann ja später einen Berg noch bauen. Den sieht man ja auch im Hintergrund. Also hier ist dann der Triceratops. Hier steigen die dann auch aus. Das ist der erkrankte Berg. Und die Strecke können wir dann später hier irgendwie zurückführen. Müssen wir dann mal schauen. Wir dann hier wieder durchkommen und dann hier lang zurück. So, dass es passt. Haben wir hier vorne noch einen riesigen Bereich? Da müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir auch die Strecke noch hier weiter durchführen und noch irgendwie ein zusätzliches Gehege machen, was man im Film nicht sieht oder sowas. Weil das ist halt alles hier ein Bereich, den wir jetzt so nicht benutzen. Boah, das ist vom Platz her echt alles so klein, ne? Ich wünschte, ich hätte einen riesigen Park. Dann hätte ich den kompletten Jurassic Park nachgebaut, den man auf dieser Karte sieht, die man online hat. Das wäre echt cool. Aber so geht es jetzt auch erstmal. In der heutigen Folge werde ich sowieso damit nicht mehr fertig. Wir werden nur den Anfang machen. Ich glaube leider jetzt auch nicht mehr so viel Zeit aufzunehmen. Aber ich glaube, wir haben heute schon einiges geschafft. Deswegen ist das halb so wild. Ich hätte zwar gerne jetzt auch noch weitergebaut, aber es ist halt immer zeitlich ein bisschen eng. Aber die Folgen kommen ja relativ häufig und dadurch ist es, glaube ich, halb so wild. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen größer hier. Ungefähr den Abstand. Schauen wir, was wir da gleich für eine Schleuse bauen können. Deshalb jetzt erstmal diesen Grundriss vom Zaun da rein, damit wir uns daran orientieren können. Weil jetzt müssen wir mit der Jurassic Tour hier wieder zurückgehen. und dann da die Tore reinbauen. Genau. Ich hoffe, das klappt jetzt so dicht hintereinander. Uh, das klappt nicht. Okay. Das heißt, wir müssen noch mehr Abstand machen. Natürlich ärgerlich, aber gut zu wissen. Ich habe halt mit diesen Toren auch noch nicht viel gearbeitet. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal wieder mit dem normalen Erduntergrund gemacht. Ich denke, das ist ein bisschen schöner, weil das mit dem Asphalt war irgendwie ein bisschen komisch, dass der unter den Toren leider aufhört. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde das auch anders handhaben, dass wir ein bisschen die Zäune kombinieren. Nämlich, dass wir den hinteren Zaun dann doch elektro machen und den vorderen nicht. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und das dann hier hinten ist, das weiß ich noch gar nicht. Da müssen wir dann schauen. Vielleicht könnten wir hier auch, also das wäre jetzt so das Tor. Das ist jetzt einfach die Standardgrundform. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein Schild hinstellen. Priceratops. Auf der rechten. Vielleicht machen wir hier nur so eins hin. Ich habe auch schon öfter gesehen, dass Leute zwei Schilder hintereinander machen. Das finde ich auch immer sehr interessant. So. Es gibt nämlich auch noch so ein größeres. Oh, jetzt habe ich hier verklickt. Sorry. Was hier meine ich? Das ist jetzt das Ganze eigentlich nochmal groß. Oh, wir haben eine Ziege eingefangen. Das könnte man eigentlich dahinter stellen. Ich versuche es mal von der Winkel her ungefähr gleich zu machen. Man, leider sehr, sehr schwer. Ich kann auch nicht näher heranzoomen. Mächt leid. Ich kann das Ganze hier so hinstellen. Dann fährt man daran vorbei. Dann sieht man auf jeden Fall, wo es hingeht. Definitiv. Määh. Da ist sie. Vielleicht noch eine Lampe wieder davor. Die Idee fände ich mega cool. habe ich mir von Robert abgeguckt. So. Dann haben wir zwei beleuchtete Schilder, wo man langfährt. Und dann weiß man auf jeden Fall, wo es hingeht. Ich überlege auch noch, wo es hingeht. Wohin es geht, wollte ich sagen. Ich überlege noch, ob wir hier vielleicht so ein Gebäude noch hinmachen. Damit das Ganze mehr so ein bisschen interessanter und High Security mäßig aussieht. So ein Gebäude einbauen. Das könnte ganz cool aussehen. Können es ja mal platzieren. Ich weiß nicht, ob so rum dann Sinn macht. Oder eher so rum. Ich glaube, so ist schon sinnvoll. Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier für ein Gebäude überhaupt? Eine Sturmabwehrstation oder was war das? Sturmabwehrstation tatsächlich. Okay. Aber das sieht so ein bisschen wichtig aus, das Gebäude. Deswegen nehme ich das einfach. Und das hat so einen coolen Turm. So. Dann können wir hier den Zaun wieder nach vorne machen. Nach dahin. Dann würde der dahinter wieder weiter gehen. Da hätten wir dann das Gebäude stehen. nicht ganz cool, so ein Gebäude da zu haben. Nur müssen wir dann halt gucken mit der Wegverbindung später, ne? Ich meine, wir können es auch nicht verbinden, aber könnte man hier auch so einen Parkplatz oder sowas bauen, einfach. Dann vielleicht ein oder zwei Jeeps hier hinstellen. Das wäre eigentlich voll cool. Ich muss eh später gucken, dass ich vielleicht noch so eine Ecke mache, die eingebaut ist im Wald, wo ich mehrere Ranger-Stationen habe, aus der ich die Jeeps einfach entwenden kann, die ich dann als Deko benutzen werde, weil ich würde gerne irgendwo so ein paar Jurassic Park Jeeps parken. Hat man ja auch vorhin gesehen an der einen Stelle, wo der Triceratops liegt. Da steht ja auch einer. Den würde ich dann auch später gerne da stehen haben. Meint ihr, man könnte wirklich so einen richtigen Parkplatz versuchen zu bauen? So, ich glaube, ich versuche hier einfach einen geraden Weg zu machen, das wird jetzt schwierig, das versuchen, also ich werde jetzt versuchen, das sehr, sehr gleichmäßig hinzukriegen. So irgendwie zwei, drei Parkplätze hier hinkriegen, das würde ich echt cool finden. Habe ich so nämlich auch noch nie gebaut. Aber ob wir hier die Zwischenbalken da gleichmäßig hinkriegen, das bezweifle ich fast. Ich glaube, das wird nur so ungefähr klappen. Okay, die beiden sehen ja schon mal sehr gut aus, muss man sagen. Mal gucken, dass man hier noch einen hinkriegt, der identisch ist, einigermaßen. So vielleicht? Ne. Ein bisschen Trial and Error. Ihr seht schon, der Streifen wird auf jeden Fall anders. Aber das ist schade. Den kriege ich nicht gleich hin. Könnten auch einfach nur so machen. Und dann hätten wir da einen Parkplatz. Reicht ja eigentlich, ne? Das wären dann drei Parkplätze. Hier vorne ist ja... Ich weiß nicht, ob mir das hier so gut gefällt dann. Oder ob wir hier nicht noch ein Stück weitermachen. Dann mache ich, glaube ich, einfach nur zwei solche Parkplätze. Die haben wir dann da. Ich glaube, wenn wir dann noch Autos hinstellen und später so ein paar Beschilderungen und sowas. Was gibt es denn hier? East Dock, Visitor Center. Es gibt leider nicht so viele spannende Schilder. Haben wir hier noch eine Mitarbeiter-Toilette. Können wir halt auch noch hier unterbringen. Wenn wir die hier zum Beispiel hinmachen in die Ecke, da kann man dann noch hingehen. Dann vielleicht noch so ein paar andere Deko-Elemente wie Lampen. Ich hoffe, wir kriegen hier noch eine unter. So. Ich glaube, mit dem Parkplatz, das hätte ich auch noch ein bisschen besser hinkriegen können. Aber das hätte mir wahrscheinlich jetzt zu lange gedauert. Ich habe leider jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit, weil ich gleich arbeiten muss. Vielleicht werde ich das zur nächsten Folge noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber die Grundidee finde ich eigentlich ganz interessant, so muss ich sagen. Ich will noch mal so einen kleinen Parkplatz haben. Ich würde sagen, ich hole mal eben ein Auto hier rüber. Und da kommt da schon der zweite Jeep. Ich glaube, ich finde das ganz cool von der Grundidee her, noch mal so eine kleine Station zu machen mit einem Parkplatz für Jeeps. Und mit der Toilette finde ich auch ganz cool. Allerdings den Parkplatz, glaube ich, baue ich noch mal so ein bisschen um in der nächsten Folge, weil das schaffe ich jetzt heute leider nicht mehr. Das sieht doch schon ganz cool aus, oder? Also von der Grundidee her gefällt mir das schon ganz gut, wenn wir das dann noch mehr bepflanzen. Und hier geht es dann später ins Triceratops-Gehege rein. Müssen wir natürlich gucken, dass der Parkplatz auch weit genug weg ist, damit hier das Tor nicht offen ist. Das ist natürlich auch so ein Manko. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, weil das Tor soll sich natürlich schön öffnen, wenn wir da nachher mit der Tour durchfahren. Aber Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Denkt da dran, wenn ihr ein Troodon sein wollt, schreibt gerne Namensvorschläge für die Troodons in die Kommentare. Falls euch das Projekt gefällt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.